Dieser praktische und dennoch sehr formschöne Ford Transit Kurier könnte schon bald vor Ihrer Tür stehen. Wir freuen uns über Ihren Besuch im Auto aus Wismar. Der Motor erfüllt die neuesten Abgas- und Umweltvorschriften. Damit sind grüne Plakette und günstige Steuer garantiert. Die großen Außenspiegel bieten beste Übersicht. Dieser Kastenwagen LKW hat eine Nutzlast von 575 Kilo. Der Laderaum ist groß und hat einen Gummiboden. Zu den Sommerrädern gibt es noch ein Reserverad Notrad. Und denken Sie auch an Ihre Winterräder. Wir haben immer super Angebote. Die Vordersitze bieten viel Komfort, auch auf längeren Touren. Den Beifahrersitz kann man umlegen, die Trennwand umklappen und somit mehr Stauraum haben. Das Sicherheitspaket in diesem Kurier schützt Sie mit ABS, ESP und Fahrer-Airweg. Zum Radio mit USB-Anschluss gibt es auch noch eine Bluetooth-Freisprechanlage. Für Ihren älteren Gebrauchtwagen machen wir Ihnen einen super Entzahlungnahmepreis. Auch telefonisch. Mit diesem praktischen und gut ausgestatteten Ford Transit Kurier EcoBoost werden Sie viel Spaß haben. Er ist sehr robust und wird Sie und die E-Unternehmen voranbringen. Und damit nichts passiert, hat der Wagen zwei Jahre Garantie. Auf Wunsch verlängerbar bis auf fünf Jahre. Schauen Sie doch mal vorbei und fahren Sie in einfach Probe. Das Team von Dismann freut sich auf Sie. Besuchen Sie uns auch samstags bis 17.30 Uhr. Bei uns können Sie auf die Inspektion warten oder Ihr neues Auto gleich mitnehmen. Oh, gut, dass Sie schon anrufen. Alles klar? Alles klar? Alles klar? Also Chris. Abonniert auf meinen achtstunden bin. Speicher. Entsame, Dich von Dich. Vielen Dank.